Für alle Kunden, die einen Schritt weiter gehen möchten, bieten wir auch die Mesotherapie an. Die Mesotherapie injiziert in Minidosen Wirkstoffe in die Dermis, in die richtige Hautschicht. Dort können sie sich ihre Wirkung entfalten. Das ist eine Behandlung, die ist nicht ganz schmerzlos. Dann wird die Haut aber auch vorher betäubt und die geht etwas tiefer wie das Jet Peel zum Beispiel. Ich kann verschiedene Wirkstoffe aufziehen, je nach Hautzustand, ob jemand Pigmentflecken hat oder eine Schwäche der Elastizität, ob er Flecken im Gesicht hat, also ob er Rödungen im Gesicht hat. Ich kann sogar Wirkstoffe einsetzen, die das Gesicht etwas schmaler machen. Entweder arbeite ich mit der Mesogun, das ist ein Nadelsystem, wo die Haut angesaugt wird mit einem Vakuumkopf und ganz gezielt in die Haut platziert wird oder aber ich injiziere diese Wirkstoffe manuell. Das ist ein Nadelsystem.